Hallo, ich bin Caillou. Magst du die Schlafenszeit? Ich liebe sie. Meine Schwester Rosie liebt sie auch. Mama und Papa haben unsere Schlafenszeit wirklich lustig gestaltet. Es müssen so viele Sachen erledigt werden. Möchtest du dich zu uns gesellen? Dann können wir schön schlafen und morgen wieder von Neuem beginnen. Lass uns anfangen! Es gibt jede Menge Aktivitäten, die wir machen können, um uns aufs Schlafengehen vorzubereiten. Mal sehen, wie die Schlafenszeit heute aussieht. Gute Nacht, Bussis, Pyjama anziehen, Märchenstunde, Zähneputzen. Hm, womit sollen wir anfangen? Pyjama-Zeit! Tippe auf eine Schublade, um sie zu öffnen und einen Pyjama auf... Ich liebe das! So kuschelig! Ich liebe diesen Pyjama! Damit werde ich sehr bequem schlafen. Bald ist Schlafenszeit. Hier ist ein Puzzle von einem meiner Lieblingsbücher. Lass es uns zusammen lösen. Hervorragend! Fand gut gemacht! Ich liebe Geschichten vor dem Schlafengehen. Das hast du gut gemacht! Weiter so! Zeit fürs Zähneputzen! Zieh eine Zahnbürste in meine Hand. Reibe deinen Finger an der Stelle, wo die Zahnpaste drauf soll. Schrubbe jetzt meine Zähne, um sie zu putzen. Super! Wasch meinen Mund aus, indem du auf dem Wasser... Strahlend weiß! Das hat Spaß gemacht! Das hat Spaß gemacht! Zeit vor dem Schlafengehen etwas zu... Berühre die Bussis auf meinem Gesicht. Das fühlt sich gut! Das fühlt sich gut an! Danke für all die Bussis! Ich habe wirklich das Gefühl, geliebt zu werden! Gut gemacht! Nun, da unsere Schlafenszeit erledigt ist, sind wir bereit für das Land der Träume. Gute Nacht! Ich habe wirklich das Gefühl, geliebt zu werden! 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 Ich habe wirklich das Gefühl, geliebt! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.